Tau ziehen um Gladbachs Christensen Die Leihgabe vom FC Chelsea werde laut seinem Vater im Sommer zurück nach London wechseln. In der dänischen Zeitung BT sagte Andreas Christensens Vater außerdem, dass die Blues den 20-Jährigen schon früher holen wollten, Gladbach ihn jedoch nicht gehen ließ. Max Eberl hofft hingegen weiterhin, den Dänen halten zu können. Im Express vermeldete er, dass man im Frühjahr erneut Gespräche mit Chelsea führen wolle und gerne mit Christensen weiterarbeiten würde. Schmelzer bleibt Kapitän des BVB Am Ende des Trainingslagers erklärt Thomas Tuchel, dass Marcel Schmelzer die Binde behält. Zudem sei der Dortmunder Trainer über die in den letzten Tagen entstandene Diskussion sehr überrascht gewesen. Schmelzer war zu Beginn der laufenden Saison zum Kapitän ernannt worden, da Marco Reus verletzungsbedingt ausfiel. Kraft vor Abschied von der Hertha Nach Informationen des Berliner Kuriers will Thomas Kraft die Berliner nach Ablauf seines Kontrakts im kommenden Sommer verlassen. Wie das Blatt erfahren hat, lagen ihm im Herbst bereits drei Angebote aus den USA vor, für einen Wechsel war es damals allerdings schon zu spät. Der 28-Jährige verlor zu Beginn der vergangenen Saison seinen Stammplatz an Runi Jastein und ist seitdem nur noch zweite Wahl. Drei Vertragsverlängerungen beim FC Arsenal Wie die Ganners bestätigten, wurden Olivier Giroud, Francis Coquelin und Laurent Koschelny mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Weiterhin unklar ist hingegen die Zukunft von Per Mertesacker. Der 32-Jährige hatte aufgrund einer Knieoperation in dieser Saison kein Spiel für Arsenal gemacht und soll daher laut der englischen Zeitung Sun verliehen werden. Es ist ein Prozess und der ist fortwährend in dieser Entwicklung und wird ständig zurückgeworfen auch mit jeder Trainingseinheit, mit jedem Spiel, in dem wir nicht komplett sind. Und ich habe das bis vor ein paar Tagen nicht für möglich gehalten, dass wir aus den vielen Spielern und aus dem großen Konkurrenzkampf sofort im zweiten Testspiel im Grunde wieder mit all unseren A-Jugendlichen spielen müssen. Es ist eine große Beeinträchtigung, auf der anderen Seite hilft das nichts. Ich habe das Gefühl, dass uns das eventuell auch durch die ganze Saison begleiten wird. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, das wird alles gut. Verletzungen sind zu häufig, sind oftmals die gleichen Spieler, die Probleme haben, stabil, stabil, auf einem hohen Niveau intensiv zu trainieren. Mit den Sport1 News immer up-to-date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.